Servus zu Kick the Coach. Heute haben wir die Elfmeterschießen Deluxe Challenge. Für die Trainer tritt Hans an mit Luki zusammen. Hans ist das Brain am Internat, die lebende Legende. Luki ist Präsident vom TUSBAT-Aibling. Für die Spieler treten Bipi und Lino an. Bipi ist U17-Bundesligaspieler und Lino spielt in der dritten Liga in Österreich. Die Regeln sind ganz einfach. Fünf Schüsse. Wer öfter trifft, der gewinnt die Challenge. Viel Spaß beim Zuschauen. Oh! 1-0! Ja, ganz klar. Ganz klar 1-0, oder? Nicht gut, nicht gut. Bipi, let's go! 1-0! 0-0, folgt mal Held! Juhu! Und 1-0 für Bipi und Lino. Und 1-1! Hans gleicht aus! Oh Hans! Oh, und souverän zum 2-1 von Bipi. Der zeigt gar keine, gar keine Emotionen. Zieht er nach? Oder war's das schon fast? Oh! Und Pfeif mal Held! Immer noch 2-1. Wenn Bipi das Ding jetzt reinhaut, ist der Sack fast zu. Und Kunze hält! Immer noch 2-1. Hans, jetzt komm! Okay, Hans. Vierter Schuss. Und Hans gleicht aus! Ei, 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 ei. 2-2. Bipi, vierter Schuss. Und souverän zum 3-2. Hasereiter zum letzten Schuss. Und folgt mal Held! Bipi, Junge! Ja, die hat ja auch nicht so gut gemacht, der Juhu. Oh Gott! Das war die Elfmeterschießen-Deluxe-Challenge. Die Schüler haben 3-2 gewonnen. Muss man aber auch sagen, Bipi war eiskalt vorm Tor. Und Hans, die Legende Hasereiter, die Trainer-Legende, ist wohl eher ein Theoretiker anstatt ein Praktiker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Und im Anschluss seht ihr das Arschbolzen. Ciao! Entspannend, Volker. Ja, geht schon. Hau rauf, hau rauf! Ach du Schack, wir haben noch schissen. Ach, war gut, Torf! Hau ihn weg! Huse hoch. Ah, aber wenn man trifft, darf man nochmal. Ehrlich. Zieh durch, zieh durch. Yeah! Oh, nochmal! Ach so, die Daumen, das ist ja top. Das ist jetzt meine Name. Okay, schieb das mal auf dem Kunze, ey. Nein, nein, das war's schon. Alles auf dem Hasen, Alter. Geh einfach mit, ey. Wir liegen in der Kuhle. Ah! Sehr schön. Hans, Hans, Hans. Hippi! Huu! 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 Huu!